Mein Name ist Fluri In ganz bestimmten Tagen, wenn die Großen alle schlafen, rieche ich aus meinem Bett, schnell alle Kinder aufgeweckt und jetzt stellt euch auf den Kreisen, pss, ganz leise. So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. Oh, was ist das für ein Duft? Ach egal, ich tanze weiter, drehe mich ganz schnell im Kreis und ich stampfe mit den Füßen, winke dir doch schnell zum Grüßen. Klatsch danach fest mit den Händen und ich wackele mit dem Po, meine Haare lass ich fliegen und so mach ich alle froh. Jetzt brauch ich ne Pause, das war ein bisschen viel. Ich nehme dich an deinen Händen und ich stehe ganz kurz still. Dann will ich dir etwas zeigen zur Begrüßung Kopf an Kopf, Nasen aneinander reiben und ich zieh an deinen Zopf. Wir machen uns bereit zum Tanzen wieder langsam und dann schnell und jetzt stellt euch auf den Kreisen, pss, wer wisst schon, gell? So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. Was ist das für ein Duft? Ach egal, ich tanze weiter, drehe mich ganz schnell im Kreis und ich stampfe mit den Füßen. Winke dir noch schnell zum Grüßen. Klatsch danach fest mit den Händen und ich wackele mit dem Po, meine Haare lass ich fliegen und so mach ich alle froh. Jetzt ein bisschen schneller! So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. Oh, was ist das für ein Duft? Ach egal, ich tanze weiter, drehe mich ganz schnell im Kreis und ich stampfe mit den Füßen. Winke dir noch schnell zum Grüßen. Klatsch danach fest mit den Händen und ich wackele mit dem Po, meine Haare lass ich fliegen und so mach ich alle froh. Doch schneller, ja! So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. Oh, was ist das für ein Duft? Ach egal, ich tanze weiter, drehe mich ganz schnell im Kreis und ich stampfe mit den Füßen. Winke dir noch schnell zum Grüßen. Klatsch danach fest mit den Händen und ich wackele mit dem Po, meine Haare lass ich fliegen und so mach ich alle froh. So, ich gehe in die Hocke, springe dreimal in die Luft. Oh, was ist das für ein Duft? Ach egal, ich tanze weiter, drehe mich ganz schnell im Kreis und ich stampfe mit den Füßen. Und dann winkte dir noch schnell zum Grüßen. Klatsch danach fest mit den Händen und ich wackele mit dem Po, meine Haare lass ich fliegen und so mach ich alle froh. Tschüss! Klatsch danach fest mit den Händen und ich will auch das für ein Duft. Ja, ich darf mich auf dem Platz nach. Ja, ich kann mich auf dem Punkt, ich möchte mich auf dem Punkt, Ja, ich kann mich auf dem Punkt,